In der Ludwig-Safner-Rheingalerie präsentiert König Bansar sein neues Buch mit dem Titel König Bansar zwischen Krone und Schraubenschlüssel. Über 150 Menschen kamen in die Bücherhandlung Thalia, um an der Lesung des Königs teilzunehmen und eines der begehrten und persönlich signierten Exemplare zu erwerben. Guten Morgen! Oh, oh, zum Weisweg gefahren? Ja, extra für Sie. Super, super. Das freut mich. Ja, das freut mich. Rodolf. Auf meinen Freund Rudolf zum heutigen Köln. Wir haben soeben ein Buch gekauft bei dem König mit persönlicher Signatur. Wie ist das Verhältnis zum König persönlich? Ja, ich kenne ihn schon längere Zeit. Und Sie haben sich gefreut, heute hierher zu kommen. Sehr, sehr, sehr. Ohne große Geburtstagüberraschungen. Und vor allen Dingen das Buch. Das Buch wird dem Geburtstagskind sehr freuen, schätze ich. Wir haben soeben, wir haben soeben mit biology gesucht, immer mehr die HSK-BERN-Dici. Vielen Dank.